Guten Morgen und herzlich willkommen zu ihr am Start. Wir müssen Kills machen mit der PAKA an und dem 6B47 Helm auf dem Schädel. So sieht das aus. 10 PMCs. Das ist irgendwie ein bisschen leiser. So und ähm ja. Da kommen doch gar nicht Fahrnads dahin. Da kommen wir mal. Da kommen wir mal. Machina verpackt. Das muss man aussetzen. Hoppatschki. Der macht dich nicht so dick. So, Tequila, da liegst du am Dreck. Du Idiot. Der macht dich nicht so dick. Zashimi! Tupy! Ich würde gerne den Hammer nehmen und mit dem Skeft den Schädel damit einschlagen. So, der Kilo ist schon mal weg. Jetzt noch die Skeft-Spotted-Fraktion. Ach Scheiße, ich kopiere gerade Dateien von C nach D. Und wenn der fertig ist, schmeißt er mich doch auf den Test-Klop. Ich weiß nicht, ich habe das noch nie gefunden, wie man das deaktivieren kann. Das ist dumm. Ich werde das mal anhalten. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was wurde denn immer noch so komisch? Untertitelung des ZDF, 2020 Was war denn der Packer? Das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Was? 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 Annih. Das war's für heute. Das stimmt mit dem Ding. Das ist ein Geht. Das ist ein Ja, ja. Geht. Das ist ein Geht. Das ist die Abandade. Ah! Ah! Yeah! Oh, shit! Oh! Oh, ja, ich kann's ja nicht mitnehmen. Nee, kann nicht. Was haben die für den Müll eingesammelt? Ein volles Magazin an. Und hier, ein Scheiß. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.